Hi Leute, willkommen zu einem kleinen, ja, Tribute-Video für den lieben TT-Gamer. Ihr habt ja vielleicht das Video auf seinem Krellpit-Kanal gesehen, wo er einfach mal aus Langeweile ein paar Bäume abgeholzt, oder besser gesagt, entwurzelt, nein, entblättert hat. Entblättert? Gibt's das im deutschen Sprachgebrauch? Ich kau-be kaum. Auf jeden Fall hat er ein paar Bäume von seinen Blättern befreit und ich hab das ein bisschen nachgemacht. Naja, nur mit einem ganzen Wald. Wer jetzt denkt, ich hätte keine Freizeit oder sowas und bin total krank, dass ich mir die Zeit rausnehme, einen kompletten Wald zu entwurzeln quasi, der liegt Wald. Ich hab für diesen Wald ungefähr, ja, eine Minute gebraucht. Eine Minute dürfte sie mich hinkommen. Ich zeig euch mal schnell, wie ich das mache. Das Add-on, das ich hier benutze, nennt sich Singleplayer-Commands zusammen mit WorldEdit. Kann man sich auch so direkt als Paket runterladen. Und damit lässt sich ziemlich kranke Scheiße bauen. Ich demonstriere das mal schnell. Ich markiere hier zwei Punkte. Dankeschön. First Position und Second Position. Und zwischen diesen zwei Punkten kann ich jetzt machen, was ich will. Zum Beispiel einfach mal schnell ein bisschen Gras in die Landschaft setzen, was hier so auch nicht so einfach geht. Das machen wir natürlich wieder rückengt, weil das sieht scheiße aus. Aber genau so kann man auch vorgehen, wenn man einen Baum, ja, entblättern will. Dazu setzt man sich hier eine erste Position und dann eine zweite Position. Und jetzt wird hier ein Viereck gebildet. Hier wird eine Diagonale gezogen und alle Blöcke, die in diesem Viereck drin liegen, zwischen der ersten und zweiten Position, sind jetzt von diesem Quader mit einbeschlossen. Jetzt hole ich mir hier ein Command, das nennt sich Replace. Und jetzt sage ich, was ich ersetzen will, nämlich Leaves. Und ich will es durch Luft ersetzen. Und zack, da ist der Baum verschwunden. Er hat übrigens, wie man jetzt unten links sieht, 74 Blätter. Das wollte ich einfach nur mal kurz zeigen, weil ich habe das Video vom TT gesehen, habe gedacht, hm, das muss aber auch anders gehen. Cool, so sieht das also aus, wenn der Schatten sich falsch zeichnet, weil man mit WorldEdit arbeitet. Ich habe das Video gesehen und habe gedacht, das muss doch auch anders gehen, da kann man auch nicht so viel Zeit verbrauchen. Ich habe dann kurz überlegt, habe dann kurz ausprobiert und kam dann zum Schluss, ja, das geht anders. Replace, Leaves, und durch. So, jetzt sieht man hier, wurden jetzt einige Blätter auch ersetzt. Aber ich will das gar nicht zu viel zeigen, ich fand das einfach mal total geil. Das ist quasi, ja, das Ganze, was Gravel Pits LP gezeigt hat in groß. Ich finde es ziemlich atemberaubend. Danke fürs Zusehen. Danke TT für die Möglichkeit, für mich ein Video zu machen, weil ich das einfach total geil fand. Und man, what the fuck, habe ich denn hier gemacht? Okay, ich habe doch mehr als ein paar Blätter ersetzt. Sieht ja auch nicht schlecht aus, so ein Baum. Jetzt kann man sich vielleicht hier so reingraben. Das bietet neue Ideen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video oder sonst irgendwo. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.